Hier, Meteor, Spindel, Windmau, Faulheit, Bewegungs-Kristall-Expo, Zerbrechlichkeit, Golem-Faust, das ist geil. Hier war doch irgendwo Geschwindigkeit. Gesegnete Waffe, Treffer, Zerbrechspruch, Fokus. Nee, Geschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Fuchsverstand, A für Verbünden, Geschwindigkeit. Okay, verschwand Efe, will ich wieder machen. Splitterwand, Herde, Zeit. Da gab es doch noch ein Einfrieren, genau. Ja, so. Ja, Eusiker-Level. Ah, das ist für die Verbündeten. Okay, auch gut. Eisiger Wind. Dann machen wir Explosion und Wirbelwind hier. Eisiger Wind hier. Blitz hier. Und einfrieren hier. Dann machen wir das Rieber. Und das andere wieder rein. So. Ja. Gut. Jetzt machen wir die Quests. Bis Level 45. Und haben Nettes zu tun. Yeah. Hier ist zum Beispiel eine Quest, aber die können wir nicht angeln. Ja. Also machen wir die Quests fertig hier. Ja. Also machen wir die Quests fertig hier. Wie ist das? Hier hinten. Hier oben. Aha, das sind ja sowieso die Quests, die wir annehmen müssen. Wir haben hier alles voll. Deshalb. Ja. Deshalb gehen wir jetzt nach oben. Ah, wir könnten noch zum Händler. Stab. Ähm. Stab. Verkäufer. Der war hier. Mal schauen, ob es irgendwie vom 45. Stab... Äh, also... Nein, das ist der Zehner. Das ist der Wächter. Da. Aber der hatte, glaube ich, nur... Ja, der hat nur Schwache. Wächter. Bogner. Da eine war noch da oben. Zauber. Ja, aber leider Schwache. So etwas wäre gut. Mittel. 49. Also der wäre gut, aber der ist eins schwächer. Ja, wir nehmen den. Und den behalten wir einfach mal. Weil... Der war am besten Euro. Habe ich jetzt halt verschissen. Aber egal. Ich habe so viel Geld, also so viel Geld, dass dann unerreichbar ist. Also wir machen diese Euro nichts mehr. Das ist für mich nichts mehr. Wenn ich sie vergeudet habe. Aber eben bald habe ich Zugriff, kann ich auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Zum Beispiel ein Standmikrofon möchte ich gerne haben. Zum Beispiel ein Standmikrofon möchte ich gerne haben. Lieber ein bisschen mehr defensiver. So, gehen wir mal nach Hauptstadt. Ich habe auch keine Hauptstadt zu gehen. Das macht schon viel Schaden, ja? Der, 400 bis 500. Und der, 100 bis 140. Nicht so viel, aber dafür noch ein Boni drauf. Das ist... Wahrscheinlich nicht bewegen können. Das darf nicht bewegen. 240 pro Sekunde. Wahrscheinlich. Ja, ich freue mich so. Auf Level 60. Wenn es einen ganzen Charakter wäre, würde ich wahrscheinlich auf Level 60 mit einer Schriftstelle tun. Da habe ich jetzt wirklich keinen Bock noch mehr Charakter auf Level 60 zu machen. Es wird schon genug sein, ne? Und ich spende gerne ein bisschen den Entwickler. Weil der hat schwere Zeiten vor sich. Ja. Nachher schaue ich noch, ob ich bei Part of Exile ein paar neue Steps kaufen kann. Also Kisten, Slots und noch irgendetwas weiß ich nicht für ein anderes Game vielleicht noch. Mal überlegen. Welches Game könnte ich noch etwas ausgeben? Ja, ich könnte hier in Regnum den Rest noch ausgeben. Oder ist das jetzt bei Steam? Ich weiß nicht, kann man per E-Safe-Card den Code Mermos eingeben? Ich habe 75 Euro und ich habe 46 Euro für das ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, kann man irgendwie Steam über Steam kaufen? Hm. Ich schaue mal hier irgendwo, ob es den Weihnachtswagen gibt. Da ist ja nichts da. Abgehört, sie sind meistens vor den Städten. So. Gehen wir die Kessel. Für was? Welches Level? Welches Level? So. Hier sind keine Quests mehr. Ähm. Ja. Ja. Gehen wir nach. Monsignir zurück. Ja. Wir machen das wahrscheinlich so. Wir gehen hier rüber. Dahin. Dann Gokstadt. Und dann noch. Oder wir gehen. Monsignir. Hier. Und dann hier. Genau so machen wir es. Hier müssen wir das. So. Ja. Rechnung macht plötzlich wieder mehr Spaß. Aber jetzt sind wir ein bisschen übermächtig. Mächtig. Ja. Ich will nicht auf E drücken. Oh je. So. Schön runter. Bisschen laggy. Komischerweise. Also ist das nur wegen der Kamera. Weil sie ist ein bisschen hoch. Gehen wir mal hier runter. Mütze. Wir haben Zeit. Ich habe viel zum Aufnehmen. So eine normale Mütze möchte ich gerne noch. Ich glaube ich mache dann auf Topic einfach mal ein bisschen herumlaufen und die Weihnachtsbämme fahren. Hier ist gar nichts. Wenn sich's lohnt. Hier ist gar nichts. Ja. Hier ist das Tor. Das sind die Mauer einfach schon schön. Sie sind sehr schön genau. So jetzt gehen wir wieder hoch. So. 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 Das ist gut. Mmh. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist ein Tor. Ah, das ist das Ding, wo man die Pistalle reintut. Riesiger Glitzelbär. Ah, guck mal, Expression. Yeah, ist das niedlich. Ah, schon aufs. So, wir gehen hier runter. Da kann man hier am besten runter. Ja, sonst gehen wir da unten wieder raus. Ah, hier geht's runter. Bin zu schwach. Schreib in Global Hat. So, Zinniperator hier. Und können die Stadt. Schauen wir hier oben noch kurz. Aber hier oben ist auch nichts. Ich will den Weihnachtsbaum. Ich nehme den mit. Und stelle ihn irgendwo auf mein Pferd. So hinten drauf. Ein Weihnachtsbaum, wieso nicht? Hysterica. Ja, wir werden bewundet wegen dem Pferd. Und meine Katze ist gerade reingekommen. Und ein Slack, komischerweise. Ja, ja. Geh hoch. Ja, geh hoch. Pst. Fertig. Ja, fertig. Also das mit den Sürzen brechen wir ab. Das können wir dann immer noch wieder annehmen. Ring des Schmieds, Feuerschaden. Der andere ist, Gesundheit ist besser. So. Jetzt haben wir doch noch eine Quest hier. Zwei. Cool. Zwei. So. Wir haben Creme. Zwei. 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 So, und hier auch. Jetzt. Okay. Gehen wir also. So, und wir nach Birka. Ja, wir gehen nach Birka. Ich gehe gerne zuerst in die Städten, weil dann gibt es Quests, die kann man sofort abschließen, ohne zu kämpfen.